Hallo, hier ist eine tiefen, entspannte Swings. Ich wollte euch nur kurz informieren, Freitag, Open End, ab 18 Uhr streamen wir wieder. Und genau, weitere Infos folgen noch. Ich wollte es eigentlich morgen in Ruhe machen und vielleicht schon ein bisschen was zum Mai erzählen, was wir da vorhaben mit Grafiken und so weiter. Aber jetzt muss ich morgen spontan mal wieder arbeiten und deswegen gibt es halt nur wieder dieses kurze Infovideo und diesmal wirklich kurz, weil alle Infos waren ja schon drin. Freitag, der 23.04.2021, 18 Uhr. Stream beginnend mit Arkham Horror, Mothers Embrace und danach dann wieder Pillars of Eternity. Ich glaube, dass wir Arkham Horror durchzocken können und Pillars of Eternity wahrscheinlich nicht. Vielleicht gucken wir uns den Drachen nochmal an, ganz kurz. Und sonst machen wir alle Quests. Ne, wahrscheinlich fangen wir es so an, dass wir alle DLCs machen. Ich glaube, wir haben noch eine... Ne, Götterquests haben wir schon alle abgeschlossen. Also alle DLCs noch, alle offenen Quests, außer vielleicht Durans. Ich weiß nicht, ob wir den machen. Ähm, in den DLC-Gebieten. Und dann gucken wir uns den Drachen danach nochmal an. Und danach geht es dann auf zu Thaos. Aber ich glaube nicht, dass wir das alles am Freitag hinkriegen werden, auch wenn wir viel, viel Zeit haben. Also Zeit ist relativ... Ab 18 Uhr halt Zeit. Ihr kennt das. Genau. Gut. Und alles andere zu, was wir Mai machen und so weiter, wird es einen Trailer geben wahrscheinlich, wenn ich da mal Zeit habe. Vielleicht fange ich den morgen an. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Und vielleicht sehen wir uns Freitag. Könnt ihr wie immer in die Kommentare hauen, ob ihr da Zeit habt. Müsst ihr aber nicht. Alles kein Zwang. Genauso wenig wie Videos liken ist auch kein Zwang. Und andere Dinge. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann. Bis dann.